Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich. Guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 2. Oktober 2023, erster Handelstag des 4. Quartals 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick gönnen. Auf den übergeordneten Markt, aber ganz besonders vielleicht sogar auf die Tesla Deliveries, die heute anstehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die so spektakulär werden. Also wir werden gleich einen Blick drauf werfen. Packt es auf jeden Fall einmal. Der Gedanke, Stichwort Sucker Rally, der scheint nicht ganz so verkehrt gewesen zu sein. Denn wir hatten ja einen Versuch gestartet vergangene Woche, am Donnerstag bereits, ich hatte es kurz ja thematisiert, im Nannister ganz besonders, aber auch im Spider. Einen Versuch gestartet an der Wall Street, dieses kurzfristig klar bärische Bild eben hinter uns zu lassen, die 5-Tage-Linie zurückzuerobern. Ich sagte aber auch, alles unterhalb der 5-Tage-Linie, jegliche Rally ist potenziell ein Sucker-Rally. Es ist nicht erstmal als nachhaltig zu erachten, sondern mit großer Vorsicht zu genießen. Tja, schaut euch den Kursverlauf dann in den Freitagsschluss hinein an. Da haben wir einen deutlichen Abgabedruck nochmal zu sehen bekommen. Mal gucken, ob von den Tiefs fallen. Das wäre noch nicht dramatisch, weil es ungefähr auch die Region ist, um die Ausbruchregionen, um diese Nackenlinie. Der Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Falle des Nasdaq beispielsweise, im Falle des S&P sieht es relativ schwach aus. Aber summa summarum ist das auf jeden Fall erstmal kein besonders positives Signal. Übers Wochenende in den News, der Shutdown in den USA hat abgewendet werden können. Kelce-Pries, davon auszugehen, dass man sich da irgendwie einigen wird. Also zumindest jetzt mal zeitlich begrenzt, aber darum geht es nicht. Kurzzeitig hat der Markt darauf positiv reagiert. DAX kommt aktuell ein bisschen stärker rein. Ich bin mal gespannt, ob der DAX überhaupt große Wohler sieht, denn wir haben jetzt ja morgen den Tag der Einheit. Da ist zwar die Börse geöffnet, aber Brückentag heute, morgen Feiertag, das wird eher ein lethargischer Start. Also wir werden den DAX als Spielball eigentlich der Wall Street erkennen. Und wie gesagt, dann noch die Tesla-Deliveries. Wir haben zwei, drei Themen auf jeden Fall, denen wir uns hier jetzt in den folgenden Minuten widmen wollen. Bevor wir allerdings offiziell starten, natürlich wie gewohnt der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen von schnellen Risikohinweis findet ihr auf xtb.com.de. Kontaktdetails für das Berliner Büro, die werde ich gleich noch hier präsentieren. Ganz kurz in eigener Sache sei gesagt, alles, was ich in den folgenden Minuten präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen unterhalb des Videos, in der Kommentarfunktion. Aber nochmal, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Dann jetzt ganz offiziell, Berliner Büro, E-Mail-Adresse ist identisch geblieben. Telefonnummer hat sich im Hinblick auf den Umzug ins Berliner Büro verändert. Gerne notieren, wie gesagt anrufen, falls Fragen zu xtb bestehen sollten. Kurz xtb als Broker eingeführt. Das ist der CFD Brokersjahres 2023 ausgezeichnet hier von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, seht ihr hier einmal aufgeführt. Unter anderem sicherlich auch ein Grund, die X-Station. Und auf die wollen wir just jetzt in diesem Moment hier einen Blick werfen. Und wie gesagt, einen Blick werfen zunächst einmal auf den DAX. Kommt in die Handelswoche hinein, relativ solide. Hier kann man dieses Überrollen erkennen, das ist Freitag gewesen. Wir hatten ja sowieso CRV-technisch schon ein bisschen die Frage, ist das sehr vorteilhaft, was wir hier zu sehen bekommen. Für die Long-Seite, am Donnerstag, wie gesagt, da kriegst du ein Play durchaus argumentiert. Ich habe mich in der Nachbetrachtung gefragt, war es nicht ein bisschen arg aggressiv und dergleichen. Am Freitag war es dann halt schwierig, weil du hast nach oben schon relativ viel abgefrühstückt eigentlich als an Potenzial. CRV-technisch für solch ein Bounce-Play sind wir da, wie gesagt, ein bisschen durchwachsen unterwegs. Brechen allerdings diese Abwärtstrendlinie. Sehen dann dieses Überrollen in den Schluss hinein, ausgehend von der Wall Street. So, und jetzt handeln wir im übertragenen Sinne innerhalb der Handelsspanne von Freitag. Und das ist eben etwas, besonders vor dem Hintergrund, Brückentag heute, 2.10. Morgen, Tag der Einheit, Feiertag. Ja, die Börse ist geöffnet, aber nichtsdestotrotz, welches eigentlich den DAX-Trading technisch nicht sonderlich interessant werden lässt, sollten wir Abgabedruck zu sehen bekommen. Hier sieht man dieses kleine Shutdown-Gap, so möchte ich das mal bezeichnen. Wollen wir an der Stelle kurz mal einen Blick drauf werfen. Hier haben wir einmal das Shutdown-Drama abgewendet, die Tagesschau mit übers Wochenende eben einer Lösung, die dort gefunden wurde. Ich finde interessant allerdings das nur ganz, ganz vage, wenn überhaupt, aber ich habe es so ein bisschen im Hinterkopf, als möglichen Trigger. Ich finde es interessant, dass wir innerhalb dieses, jetzt auch deutlich herausgestellt sehen, natürlich durch die mediale Berichterstattung logischerweise, aber dass es eben keine Gelder für die Ukraine beinhalten soll. Also die Unterstützung für die Ukraine scheint zunehmend zu versiegen. Wir haben auch da durchaus Spannung gesehen ja, zwischen der Ukraine und Polen beispielsweise. Ich bin überhaupt nicht drin in der Materie. Ich habe keine Ahnung, wie, was da sonst wie einzuordnen ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich dort zunehmend die Anzeichen zu verdichten scheinen, dass da früher oder später vielleicht Friedensverhandlungen stattfinden könnten, was meiner Einschätzung nach jedenfalls erstmal jetzt pauschal Bullish for Equities kurzfristig gewertet werden sollte. Das hätte ich so ein bisschen im Hinterkopf. Da wäre ich durchaus weiter daran interessiert. Aber nochmal, das ist aktuell noch kein Thema. Fakt ist auf jeden Fall einmal, wir haben infolgedessen ein kurzes Gap auf der Oberseite gesehen. Im asiatischen Handel schließen wir das jetzt. Mal gucken, nehmen wir die Hochs raus nach dem Überrollen hier von Freitag oder halten wir erstmal innerhalb der Range des Vortages, sehen vielleicht eine Attacke auf die Tiefs durch die US-Märkte. Wir schauen, wie gesagt, dünner Start in die Handelswoche, der im DAX zu erwarten ist. Interessant ist die Situation hier mit Sicherheit im Hinblick eben auf den Spider. Da wollen wir einen Blick drauf werfen. Den schauen wir uns deswegen an, den ETF auf den S&P 500, anstatt des S&P 500, weil ich hier die reine Kasse habe und da einfach technisch mit meiner Einschätzung nach jedenfalls besser arbeiten kann. Und da sehen wir eben hier diese 5-Tage-Linie, wo wir einen Versuch gesehen haben, die zurückzuerobern. Wir pendelten ja um dieses Level am Freitag und dann sehen wir dieses Gap drüber, aber wir rollen wieder rein in die Range. Diese orangefarbene Linie, das ist ungefähr die Ausbruchregion von Donnerstag, die möchte ich verteidigt sehen. Denn andernfalls, Break drunter, Halten unterhalb, macht im S&P nochmal denkbar, dass wir die Tiefs von letzter Woche am Mittwoch anlaufen. Also diese Extreme, die ja dann durch die Umverteilungstendenzen im Volumen, ganz besonders abgleich am Donnerstag, diesen kurzen Long-Trade nach sich gezogen haben. Ich finde den Tag-Bereich relativ stark weiter. Auch da nicht, dass wir jetzt aus dem Gräubsten raus sind. Wir pendeln um die 5-Tage-Linie. Wir sehen eben hier entsprechend dieses Pendeln einhergeben in einer choppigen Price-Action. Hier haben wir zwei orangefarbene Linien, leicht oberhalb haltend der Ausbruchregion von Donnerstag. Das sind die Tiefs, hier die obere Linie um 3,56p mal daumen in den Qs. Wenn wir dort kurz drunter gehen, wäre das noch kein Beinbruch. Gehen wir allerdings unter das Ausbruchregion und Halten von Donnerstag. Das entspricht also hier dem Bereich in dem Fall von 355 Punkten ungefähr. Übertragen auf den S&P 500, vielleicht ein kurzer Blick. Entschuldigung, auf den Nasdaq 100, Verzeihung. Korrespondierte das hier mit diesem Bereich. Das ist ungefähr der Bereich 14.800 Punkte. Halten wir drunter. Dann wäre nochmal ein Test der 14.600er Region denkbar. Abgabedruck. Wie gesagt, harren wir mal die Dinge, die da kommen, wie sich die Wall Street heute präsentiert. Das, was ich denke am interessantesten ist, im Einzeltitelbereich sind ganz besonders die genannten Tesla-Deliveries. Mal gucken, wie die veröffentlicht werden, ob die überhaupt große Wohlheit nach sich ziehen. Aber auf die sollten wir auf jeden Fall einen Blick werfen. Erst einmal zur Tesla insgesamt. Ich finde, relativ stark im breiten Markt anzusiedeln. Also wenn wir uns vor Augen führen, nochmal ganz kurz hier auf die Queues kommen. Eben, wir wissen um die positive Korrelation des Nasdaq 100 und Tesla. Das ist definitiv ausmachbar. Aber wir können erkennen, wir hatten letzte Woche hier im September, in der letzten Septemberwoche, ein unterschreitenden Undercut der August-Tiefs zu sehen bekommen. Konnten jetzt diese zurückerobern? Ja. Aber nichtsdestotrotz, im Vergleich zu einer Tesla, die eigentlich positiv korreliert ist zum Nasdaq, sehen wir deutliches Halten oberhalb dieser August-Tiefs. Da gab es ja diese leichte Übertreibung auf der Unterseite. Ich glaube, wir hatten es auch hier im einen Guten Morgen Börse zum Thema gemacht gehabt. Sei es auf jeden Fall drum, hier haben wir erstmal ein höheres Tief ausbilden können. Könnte man durchaus als relative Stärke vielleicht interpretieren. Auch hier allerdings pendeln wir erstmal um die 5-Tage-Linie. Und jetzt steht eben im Raum, wie werden heute die sogenannten Tesla-Deliveries, also die ausgelieferten Fahrzeuge, veröffentlicht. Die haben in der jüngeren Vergangenheit häufiger mal stärkere Volatilität nach sich gezogen. Und deswegen habe ich sie zum Beispiel auch über Twitter hier am Wochenende zum Thema gemacht. Habe den Delivery-Konsensus hier von Martin Wiercher gepublished. Das ist der Vice-President Investor Relations von Tesla. Und man kann erkennen, aktuell der Konsens, ich weiß nicht, ob man es sehr gut erkennen kann, aber wenn man reinzoomt auf jeden Fall, dann erkennt man es hier, dass das dritte Quartal, 23, liegt bei roundabout 455.000, also 454.809. Die ausgelieferten Fahrzeuge, das ist das, was die Wall Street erwartet. Das wäre unterhalb des Allzeithochs, was wir im Vorquartal zu sehen bekommen haben, mit 466.000 ungefähr. Wir haben eine deutliche Anpassung auf der Unterseite zu sehen bekommen. Also bedeutet, die Wall Street hat da einen Konsens um 465, Pi mal Daumen. Und hat sie dann nach unten reduziert. Wenn man einigen sehr, sehr gut informierten Twitter-Accounts hier, und sehr gut informiert, meine ich beispielsweise Troy Teslike. Das ist einer der vielleicht besten Analysten im Hinblick auf die Deliveries. Hat sich einen Namen gemacht im Laufe der letzten Jahre schon. Unglaublich enge Fehlertoleranz an dieser Stelle. Also wirklich, wirklich richtig gut. Und die sind alle so roundabout in den lower 440s in Anführungsstrichen. Also 440.000, 445.000 roundabout. Und argumentieren das über eben enttäuschende Absatzzahlen oder beziehungsweise Auslieferungen. In Folge allerdings nicht von einer Mangel der Nachfrage, sondern in Folge von Umstrukturierung innerhalb der Gigafactory in Shanghai. Dass in China eben weniger Teslas vom Band gelaufen sind. Und in Folge dessen davon ausgehen, dass es eher eine Enttäuschung auf der Unterseite gibt. Jetzt müssen wir abwarten, wie die Zahlen veröffentlicht werden. Also ich wage mich da jetzt nicht in irgendeiner Form zu positionieren. Als Tesla-Investor würde ich mich einerseits freuen, wenn die Zahlen über der Erwartung liegen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Tesla, und das haben glaube ich die letzten Earnings-Releases mehr und mehr gezeigt. Das haben mit Sicherheit auch zum Beispiel die Entwicklung rund um den Tesla-Bot gezeigt. Der eine oder andere hat da vielleicht mal Videos gesehen. Bei YouTube, falls noch nicht, gib einfach mal Tesla-Bot ein, Optimus, und dann sei einfach mal beeindruckt. Besonders mit welchen Quantensprüngen man dort sich bewegt. Wir erinnern uns dran, darüber hinausgehend, Tesla eben nicht der klassische Autobauer. Das Upgrade hier durch Adam Jones von Morgan Stanley, Verweis auf den Supercomputer, den Dojo. Der genutzt wird zum Beispiel, um Full-Safe-Driving voranzutreiben. Stichwort künstliche Intelligenz und dergleichen. Also Tesla ist da unglaublich breit aufgestellt. Na klar, willst du da möglichst viele Teslas abgesetzt sehen und willst natürlich auch wissen, dass eben immer mehr Daten gesammelt werden, um dann auch entsprechend diese Infrastruktur, über die Tesla bereits verfügt, im Hinblick auf den Dojo zum Beispiel, nutzen zu können. Und ausgehend hier von dieses autonome Fahren weiter voranzutreiben, Full-Safe-Driving. Aber also es bekommt zunehmend weniger Aufmerksamkeit meiner Einstellung nach dieser Deliveries. Also ich kann mir kurzzeitig Volatilität vorstellen, aber ich würde im Hinblick eben auf nachhaltige Impulse, besonders eben vor dem Hintergrund auch das übergeordnet, eher unklaren Bildes im Hinblick auf die Cues gerade geschildert, dieses Pendeln um die 5-Tage-Linie, jetzt nicht erwarten, dass wir da einen großen Trend initiiert sehen. Also kurze Wohler-Spikes, kurze Scalps vielleicht, die sich in irgendeiner Form herauskristallisieren, aber habt sonst keine zu große Erwartungshaltung im Hinblick eben auf nachhaltige Impulse. So zumindest meine Einschätzung. Wenn, würde ich tendenziell vielleicht sagen, also sollte es einen größeren Trend geben, tendiere ich vielleicht sogar eher zur Short-Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht die übergeordnete Aufwärtstrend-Linie hier, die allerdings schon im Bereich um 2,25 reinkommt ungefähr, hier kann man sie sehen, das ist die orange-warme, dass wir eventuell diese nochmal anlaufen und dann von dort eventuell einen Bullrun zu sehen bekommen, sollten wir ein günstiges viertes Quartal für Equities generell sehen, von dem ich aktuell ehrlich gesprochen ausgehe. Also schauen wir morgen drauf. Happy Trading meinerseits. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder hier an dieser Stelle. Ich freue mich. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.